Hallo, ich bin Max Bierhals und so sah ich vor zwei Jahren aus. Sportlich und unzufrieden. Doch dann habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern. Und so sehe ich heute aus. Du willst das auch? Mit meiner Bier-Academy kannst du deine Ziele erreichen. Die Bier-Academy bietet unter anderem Trichter saufen ohne Kotzen. Und ein individuell auf dich zugeschnittenes Sauf-Dauertraining. Echsen auf leeren Magen. 100 Meter saufen und Dosenstechen für Amateure. So Leute, hier eine Dose, eine Schere und Fortgeschrittene. Ich nehme dich an die Hand und mache dich an nur einem Wochenende dauerhaft und konstant besoffen. Das Ganze für einmalige 700 Euro plus Flaschenfrank. Beginne jetzt das Leben, das du dir schon immer gewünscht hast. Imakeyoutipsy.com. Die Bier-Academy. Und dafür stehe ich mit meinem Namen.